Willkommen zurück zu Watch Dogs! Wir machen weiter mit der nächsten Mission. Ja, sicher, natürlich. Take what you want. Fixers will be breathing down my neck soon. I didn't even know Rose was dead. She should have just walked away. There's no evidence that Bloom arranged her death. Hell, Aiden. We don't know that they didn't. You know, I've seen a lot of things that don't add up. Bent City deals, voter rigging. All it takes is one good PR team to sweep that all away. After Rose died, they created that. Now, I don't know the housing-wise, but that code is dangerous. Something about... I couldn't make much sense of it, but it was something about Bell or something. Bellwinder? Hmm? That's what he wanted. You gotta burn that code, man. The rest of it, I don't care what you do with it. You know, Aiden, I'm... I'm sorry about Clara. So, man. This whole thing is shit, no matter how you cut it. I don't care. Careful, Aiden. When the lights go out, bad things tend to happen. Where several of Bloom's top executives are now being questioned about a series of graphic sex videos leaked online. While the officer's case is not currently visible in the cell phone's video, their badge number is... Shocking footage has surfaced implicating Mayor Rushmore in the murder of a woman, Rose Washington. The woman was a former CTOS employee reported missing over a year ago. Mayor Rushmore has refused to comment. But a statement released by City Hall claims the footage is a fake made by the hacker group DedSec in order to discredit the mayor. No. The woman's the number of Ich denke, er ist sicher. Und ich weiß, dass du für Clara verbrauchst. Du denkst, dass du der Hero in all das ist? Lass deine eigene Presse. Du bist ein Terror in dieser Stadt. Du und deine Bain-Glorien-Bullshit. Komm mal, dann. Komm und geh mich. Wir haben das. Oh, aber da ist eine Sache, die ich vergessen habe. Du magst das. Ich habe CTOS ungeladen. Komplettlich. Ich bin in diesem System. Und du bist für eine Show. CTOS ungeladen. So, mein Freund. Jetzt blase ich dir den Schädel weg. Für das, was du Clara angetan hast, wirst du ge... Wo muss ich hin? D-Bone? So, there I am, waiting for my train when the lights go out. Guarantee, that's just the start of it. Damien has full access. For my dead body? You're not gonna let my CTOS baby get jumped up by that wackadoodle? There's a weak point he won't know about. Now get over there and shut it down. I'll let you enjoy ride quick and pronto. I'll call you once in a minute. Nice to have you back. I do like being useful. Okay. Dann machen wir das mal hier. CTOS. Zero or equal true. Watch the device. Team for the disaster. CTOS. Every day is a wonder of human ingenuity. A model system making a model city for model citizens. I wonder what Bloom said about potential hacks to the system. Sound debate, I'm sure. Hackers. So relax. RCTOS is the most advanced blah-ba-dee-blah-blah-blah. Schubris. Aiden. It'll get you every time. But then you know that very well, don't you? just properly binge against the team. One way to death. Security joue. yang machine transit em Cameras. Steep down. Under Montage. Okay, let's go. DERMIT LUCKY QUINN Jetzt komm ich doch nicht durch Da 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 Alter wie kommt ich denn Ich glaub ich hab einen Eingang gefunden So let's go DERMIT LUCKY Shit Can't get past the firewall T-Bone might have an idea He blocked us out I need him disconnected fast Well Shit I got one idea but Last time I did it People died If we don't do it people will die What do you got? The whole network's tied to a satellite Rums is a kind of a safety valve To CTOS I got a homemade virus A real mean motherfucker You gotta install it from 3 separate points What does it do? It'll shut down your man That's for damn sure This could get ugly You don't know the height of it amigo Call me when they're installed We'll get it done right Okay Okay Then I would say I'd go first here Then there Then there And then there Go down Did you really think you could stop me so easily? I'm disappointed I took you for someone more clever But I'm forced to see You're like everyone else Now that ain't nice at all Ah The silent treatment You'll leave me an emotional wreck And who knows what I'll do in such a state Come on Aiden Impress me What will you do now? Throw me out my game? Come on You can do better Move Come on Come on Come on Come on Come on Damien's screwing with the navigation Just try to slow me down Focus on one location at a time Wow Is die Karre langsam Interessiert mich das ob die Polizei jetzt hinter mir her ist oder nicht man Alter ich bin im Begriff die Welt zu retten und Oh mein Gott Gesetzeshüter kannst du in die Tonne treten Stop your vehicle and keep your cell phone Ah ja ich nutze Okay die Karre ist der größte Bullshit ever Ich kenne die Was ist der Maximum Verbrezieren! Verbrezieren die polize Verbrezieren die motor Verbrezieren die operativen Verbrezieren die Terminoren Verbrezieren die mit unserer Fahrer Verbrezieren die 3, 4. 9-1-1, state your emergency, please. Hey, it's so posh-so. Hello, I need you to stay on the line. 9-1-1, what is your emergency? Yeah, we need the police here in a hurry. He's just aiming wherever. He's crazy. Das ist ein tolles Problem. The crew of them outside, mate. They're out of control. Suspect last sighted a block from here, no sign of a town, a long address or a long address ... The city's mine at the touch of a button. Jealous? I was on patrol units been dispatched after the suspect. All right, color me in breasts. What was that? A virus of some kind? You've taken quite a shine to all this hacker business. Noodle away, Aiden. You don't really understand what I'm doing. You're trying to destroy the city. Ah, it says... No, not destroy. Cripple. So every one of them can know what it feels like to have their future taken from them. And I'm saving the best for you, partner. Das freut mich für dich. Okay, Freunde, es tut mir jetzt echt leid für euch. Das ist nicht wahr. Als ob der so gut zielen kann. Okay, ich muss das jetzt alles nochmal von vorne... Nee, doch nicht. Okay. Und ich hab die Cops nicht mehr am Hintern. Passt doch. Sonst darf ich nur nicht wieder ein Auto klauen. Oh, wait. What? Why? Damien schreit mit der Navigation. Was zum... Er versucht mich zu verhören. Fokus auf eine Location. Das ist geplant. Es ist scheißegal, was ich mache. Die Cops sind so oder so hinter mir. Egal, was ich tue. Scheiße. Und natürlich, ich hab die Cops am Arsch. Ich muss ein Virus hochladen. Und es lenkt. Und es lenkt. Stopp, wo du bist! Das ist die Polizei. Das ist die Polizei. All over now. Das ist die Polizei. Das ist die Polizei. Das ist die Polizei. Oh, 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 oh! Ich werde hier gehen! Sag mal, geh mir doch mal! Alter, geh mir aus der Sonne, Mann! Sag mal, geh an, Aiden! Gib mir dein Bestes und ich gebe dir mein! Und du kannst alles über das im Nachhinein sagen! Ich finde niemanden jetzt mehr Rücksicht. Es tut mir leid. Fuck! Shit, was war das letzte? Das war irgendwo hier unten. Ich weiß aber nicht welches. Ich probier's mit dem hier. See how smart this network is? It anticipates a problem, you. And fix's it. Be advised, a patrol band has been sent to the suspect's location. I'm going to wave them. I'm going to wave them! I'm going to wave them! Ich muss die Medienreise! Ich muss erst mal die Cops loswerden. Was mir denn Skillingen wird? Natürlich, Damien. Das Arschloch ist. Sag mal, stört der jetzt auch noch das Navi? Der stört mein Navi! Ich muss gucken, wo ich jetzt hin muss. Was? Nein! Damien, du bist ein Arsch! Okay, ich glaube jetzt passiert. Okay, ich bin drüber geflogen. Wow, ich bin drüber geflogen. Was ist ein Glück, ey. Und ich bin drüber geflogen. Ich bin drüber geflogen. Ich werde dich berichten. Und ich werde dich zuhören. Ja, ja. Ja, das ist es. Ich hoffe es. Scheiße, wie werde ich die jetzt los? Die sind so nett. Ich hoffe es war das Richtige. Das war richtig, sehr gut. Gott sei Dank, wie habe ich mir das richtig gemerkt. Wie werde ich die jetzt los, Mann? Die sind so nett. Jetzt gucken die, ne? Guck, geh! Ey, 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 go, 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 go! So, der Heli weiß nicht, wo ich bin. Steig ein. So, jetzt müsste ich wenigstens wieder die Kontrolle haben. Ja, hab ich auch. Oh shit, die hat mich gerade verloren. Raus, 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 los. Ich will mich gar nicht mehr verstecken. Ich bin nur noch raus hier. Komm nur noch über die Brücke. Ja! Ja! Das ist gut. 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 Ihr Virus sind in. Gut. Auf geht's. Mann, 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 Mann. Also, am Ende knallen sie nochmal richtig rein hier. Aber es ist, äh... Die letzten zwei liefen auf jeden Fall besser als das erste. Gucken, dass wir das gut zu Ende bringen hier. Was ist dein Problem? Muss ich erstmal wieder hier außen rum laufen? Was ist dein Problem? Wie ist das? Ich bin gleich dran 영am. Wir haben es dr朗ger. Wir freuen, wir wissen, was ihr macht. Wir wissen, was ihr macht, was ihr macht. Sie zerstören, was ihr macht. Ich mach mit den Rest zu E.T. O.S. Einem. Das ist das Video. Also, wir machen uns 30 Sekunden. Für was? 30 Sekunden sind die E.T. O.S. We drop in our code. Then, when the system reboots, DedSec will control the machine from inside. We will correct what boom has broken. 30 seconds is all we need. 30 seconds? No one knows? Our little secret? We will be the watchdogs. No, I'm tired of all the noise. We will not forget this. I don't give a fuck. You know, so am Anfang, diese Welt. Du kannst dich durch alles durchhacken. Hast die Kontrolle. Ja, klingt echt super. Wie viele Menschen sind wegen dieser... ...Besessenheit, alles zu kontrollieren, draufgegangen? ... 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 Und Licht aus. Oh, erreichen sie Damien mit einem Boot. Wie lange ich ihn töten darf, ist mir egal wie. Wie lange ich ihn töten darf, ist mir egal wie. Wie lange ich ihn töten darf, ist mir egal wie.